Was ich besonders interessant finde oder besonders wichtig an der Konferenz, was mir gut gefallen hat, ist, wie doch die Rolle der Gesellschaft, die bei Drucker auftaucht, tatsächlich auch jetzt eine große Rolle spielt. Gestern den Chef der Schweizer Börse dazu gehört, Peter Gommes, dass es eben anscheinend nicht selbstverständlich ist, dass manageriales Handeln nur über den Profit legitimiert ist, sondern dass es auch andere Mechanismen bedarf, das Handeln zu rechtfertigen. Und hier ist, glaube ich, Drucker eine Quelle, zumindest der Eindruck von der Konferenz, die viele Leute anspricht. Die Idee Managing through Society ist da, glaube ich, ganz wichtig.